So, der Teig kommt jetzt mal aus der Schüssel und er ist sehr kräftig. Ich tue eigentlich immer gerne ein bisschen Papier mit auf die Arbeitsfläche, was dann den Vorteil hat, dass man deutlich weniger putzen muss. Dann werden sie noch ein bisschen einmählen. Und schön kräftig durchkneten, sodass die Zwiebel sich gleichmäßig in dem Teig verteilen. Am besten geht es auseinander drücken, einklappen. Wieder auseinander drücken, einklappen. Und das wiederholen wir jetzt so lange, bis die Zwiebel einigermaßen gleichmäßig in den Teig eingeaugt wird. Hier könnt ihr auch sehen, hoffe ich zumindest, wie die Zwiebel schön in dem Teig drin sind. Das sind auch eine ganze Menge. Ja, so langsam wird das. Jetzt geben wir dem Ganzen auch noch ein bisschen Brotform. Kommt natürlich wieder in meinen gusseisernen Topf. Der übrigens jetzt natürlich noch knalle heiß ist, weil der hält seine Temperatur gut und gern eine halbe Stunde. So, lassen wir es ein bisschen aufgehen, weil das geht nämlich nochmal der Teig. Ja, und bis in 15-20 Minuten. So, wie ihr sehen könnt, ist der Teig noch einmal richtig schön aufgegangen. Ich habe ihn jetzt eine halbe Stunde ruhen lassen. Ja, jetzt wollte ich es euch einfach noch mal zeigen, wie lecker das aussieht. Ich hoffe, man sieht es so einigermaßen. Das kommt jetzt auch wieder in den Bräter. Wieder mit Backpapier, Deckel drauf und ab in den Ofen. Sieht nicht schön aus. Aber sowas haben wir eben eine Schere, ne? So, auch das Zwiebelbrot wird wie das andere erst mal 25-30 Minuten mit Deckel gebacken. Und ja, dann nochmal 20-30 Minuten ohne Deckel, so wie das andere Brot auch. Und wenn es fertig gebacken ist, ihr habt es ja gesehen, wie es aussieht beim anderen Brot. Äh, das übrigens immer noch schön heiß ist. Ja, wenn beide dann abgekühlt sind, schneiden wir sie an. Und da seid ihr dann wieder mit dabei. Bis gleich. So, die ersten 20 Minuten sind vorbei. Ihr zieht nun auch schön die Röstzwiebel. Da muss man jetzt natürlich beim offenen Deckel darauf achten, dass sie nicht verbrennen. Also immer ein bisschen im Auge behalten. Und nun kommt das Brot für weitere 20 Minuten in den Ofen. Ich denke, ich werde die Temperatur auf 150 bis 180 Grad zurückdrehen. Lieber ein paar Minuten länger als zu heiß. Und die Zwiebel würden dann verbrennen. Das wollen wir ja nicht. Dann bis gleich, bis das Brot fertig ist. So, auch das Zwiebelbrot wäre jetzt fertig. Das nehmen wir raus. Und lassen es abkühlen. Und wenn es dann abgekühlt ist, schneiden wir beide Brote mal an und schauen, wie sie innen aussehen. Aber normalerweise ging das noch nie schief. Und darum denke ich auch, dass es hier wunderbar klappt. So, beide Brote sind nun abgekühlt. Jetzt machen wir mal den Anschnitt, um zu gucken, wie sie innen aussehen. Das schaut doch fantastisch aus. Oh, und wie das riecht, super klasse. So, und Zwiebelbrot habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gegessen, geschweige denn gebacken. Aber auch jetzt da gucken wir mal. Wow! Wow! Sieht das nicht scharf aus? Gleich mal probieren. Weil, wie gesagt, ich habe das doch nie gegessen. Hm. Hm. Wie konnte ich nur 63 Jahre darauf verzichten? Boah! Ist sehr stark. Also ich kann euch nur empfehlen, das mal nachzumachen. Würde mich, kennt ihr ja jetzt den Spruch so langsam, bitte einen Daumen hoch. Tragt was in die Kommentare ein und noch lieber ein Abo mit Glocke. Ich wünsche ein schönes Restwochenende. Ciao, euer Küchenchaot. Ciao, euer Küchenchaot. Ciao, euer Küchenchaot. Ich wünsche euch das mal. Ich wünsche euch das mal.